Dieser junge Follower hat ein Fantreffen heute in Duisburg bei meiner BMX-Show gewonnen. Und natürlich waren seine Eltern mit Backstage eingeladen und am besten stellt er sich mal selber vor. Hi, ich bin Leonard und ich war schon immer mein größter Traum, als ich das Glück getroffen habe. Wohlherzig, außerdem hat er sich auch gewünscht, mit mir mal zusammen ein Wheelie zu machen. Na, auf jeden Fall, denkt immer dran, kein Aufgeben, kein Rückzug. Und wenn ihr mal bei meiner BMX-Show dabei sein wollt, dann schreibt mir einfach. Ich hab extra mein Rad mitgebracht, um dir was zu zeigen.